Der Pool besteht ja aus einigen Komponenten. Wo kommen die denn her? Im Normalfall ist es so, dass der Kunde die Qual der Wahl hat, von wem lässt er seine Pumpen bauen, sein Becken bauen. Das sind alles verschiedene Gewerke. DeJoyot hat es sich zur Aufgabe gemacht, alles aus einer Hand zu liefern. Das heißt, vom ersten Schwartenstich bis zum schwimmfertigen Pool können Sie mit DeJoyot Pools arbeiten. Das heißt, es kommt mal vom ersten Schwarten auf der Schumpf zusammen. Der Pool ist eine Abstand für einen Anschluggericht. Der Pool ist eine Abstand, die der Schumpf mit der Schumpf zu holen. Ich habe diese Abstand mit der Schumpf zu holen. Ich habe diese Abstand mit meinem Leben gelegt.